Moin, Moritz. Moin. Alles klar? Alles gut eingestellt? Alles gut. Sag mal, die Leute wollen wissen, wie alt du bist. Ich bin 13. Du bist 13. Dann bist du wahrscheinlich der jüngste 2.4 Segler in der Welt. Soweit ich weiß, sollte das so sein. Ja, und du redest mit einem, der über 60 Jahre älter ist als du und viele Jahre schon gesegelt hat. Warum bist du in die 2.4 eingestiegen? Mein Vater hat ja angefangen, 2.4 zu segeln, war immer dabei, hab ihm zugeguckt und hab mich da inspiriert, hab angefangen, optisch zu segeln und hab mir dann als zweite Bootsklasse das 2.4 ausgesucht. Und, hast du Spaß? Ja, recht sehr viel Spaß. Funktioniert auch gut, das Pferd und hinten fahr ich mal nicht rum. Ja. Und du hast Deutsche Meisterschaft jetzt das erste Mal mitgesegelt in diesem Jahr? Ja. Wie hast du da abgeschnitten? Da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich hatte auf jeden Fall in einem Lauf einen dritten Platz, da war ich sehr glücklich drüber. Ja. An dem Lauf hat auch alles gut funktioniert, es hat nichts sich mal gelöst oder falsch am Wind gewesen. Und bist du gut im Mittelfeld? Ja, eigentlich schon. Gutes Mittelfeld. Das ist natürlich schon für das erste Jahr eine sehr schöne Leistung. Ja, dann wünsche ich dir heute viel Glück. Wir sehen uns nachher nochmal. Wir sehen uns nachher nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020